Also Runde 2, also Runde 2 für Furz. Runde 2! Runde 2, also. Keiner verloren. Vorhin sind wir halt beide schon in der zweiten Runde rausgeflogen. In der ersten. Ja, das ist auch ein bisschen dumm. Warum? Wie im Wind. Ja, das ist aber geil. Scheiß auf Furz, Alter, das ist Furz, Mann. Also Furz ist natürlich der geilste Krader der Welt. Entschuldigung, Mau. Also, also Jungs. Wir packen jetzt den geilsten Koffer. Also wir nehmen mit. Ein Ersatzrad, ein YouTube-Beutel, Schmutzki, Katja Krasowicz, Gay Butters, ein Furz, ein rosa Campingstuhl. Oh, fuck. Es ist nur reicht, wenn man nicht dran ist. Eieieiei, ein rosa Campingstuhl. Das könnte in diesem Stuhl sein. Ein rosa Campingstuhl. Das habe ich gesehen. Ein nackter Mann. Ein Bus von Asiaten. Der brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Ein Bus von Asiaten. Ein stinkender Hippie. Ein Müllbeutel. Die neueste Platte von Scooter. Dipp, 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 Dipp. Ähm, Abschwerband, Dixi. Stimmt das? Ja. Also Abschwerband, Dixi, Dreißkau Muckern. Was kommt denn nach Dreißkau Muckern? Das ist halt immer so geil, da müssen wir immer lachen, da vergesse ich immer den Rest, Alter. Ich weiß es. Also Dreißkau Muckern. Denk daran, dass du mir immer das eher alles mit diesen Sachen gesagt hast. Ja. Müllbeutel, ne. Das ist mies. Äh, boah, die Tipps sind scheiße, Mann. Ähm, also Dreißkau Muckern. Ach, Till Lindemanns, äh, linken Hoden. Ja. Ähm. Till Lindemanns, linken Hoden. Was hast denn du da mitgenommen? Was relativ normales, oder? Ne, du hast dann auch scheiße mitgenommen. Aber noch nicht Ariel. Die kommt nächste Runde. Ey, das ist mega schwierig irgendwie. Ich weiß, aber es ist mega lang, was ich gesagt habe. Denk dran, dass es mega lang ist. Also Dreißkau Muckern. Dreißkau Muckern, Till Lindemanns, linken Hoden. Ich weiß es. Ähm, Dreißkau Muckern, Till Lindemanns, linken Hoden. Jetzt was übelst lang ist. Was sind mal übelst lang? Manus Penis. Das weiß ich noch. Aber das Rest was ich will. Ähm, Dreißkau Muckern, Till Lindemanns, linken Hoden. Ariel, nee. Scheiße. Kommt nur eins inzwischen. Das hast du nur mitgenommen. Ein langes Wort halt, aber... Nur lang und satt fast. Ja, aber was für ein... Du hast auf jeden Fall geguckt. Ah ja, die neueste Staffel von Game of Thrones. Das ist halt zweimal neue. Das ist halt mies. Neueste Staffel von Game of Thrones. Und warst du dann noch neu? Ja, das war noch neu. Na, die neueste Staffel von Scooter. Jungs. Also, die neueste Staffel von Game of Thrones. Äh... Die neueste Staffel von Game of Thrones. Sag an dich, was hat mich mitgenommen? Ich hab mitgenommen... Die neueste Staffel von Game of Thrones. Was? Ich weiß, bei dir das End kommt. Was hat mich mitgenommen? Ach so, ein Monsanto Reisfeld. Äh... Ich hab's doch grad gesagt. Ähm... Das End für uns, die Trönen. Ja. Ja. Jetzt, das was du sagst. Ariel, die Meerjungfrau. Stürmthaler See. Äh... Donald Trump. Bad Plug. Du hast was Neues jetzt mitgenommen. Ja. Ach so. Nosterafurt. Ach so. Äh... Jetzt... Jetzt sind wir auf der Autobahn. Äh... Und jetzt nehmen wir mit... Jetzt nehmen wir mit... Äh... Äh... Warte mal, was sind wir gerade am Serafurt? Was sind... Was sind... Was sind wir am Serafurt? Jetzt nehmen wir mit... Äh... Ne Chemtrail. Nehmen wir noch mit. Die sind doch gerade hinten, oder? Die sind doch gerade hinten, oder? Die sind doch so leicht, um ans Gepäck zu verstauen. Okay, wenn wir jetzt auf der Schiese... Also... Ah...